Hi, guten Abend, ich heiße Juan und ich freue mich, dass ich euch willkommen heißen kann bei einem tollen südafrikanischen Grill und ein südafrikanisches Gin & Tonic. Ich freue mich, dass die Zeit wieder gekommen ist, dass wir ein privates Gin Tasting machen darf und bitte meldet euch und ich freue mich auf jeden Anfrager. Bis dann, Tschüss!